Hi, ich bin Marc, 25 Jahre alt. Ich bin Mitgründer einer Videoagentur. Vor eineinhalb Jahren haben ich und mein Partner Daniel uns selbstständig gemacht. Also es ist halt nicht so leicht, ich sag mal Selbstständigkeit plus Studium plus Vater sein. Ich meine, das kann sich jeder irgendwie denken. Also Zeitmanagement und Organisation ist da echt mega wichtig. Musik